In Försterdorf hätte mich so ein überdimensionierter Klops fast geröstet. Du bist jetzt vollgemacht, Herr Genosse Major. So weit der Bilder steht, einen dann bewacht. Kommen wir ins Theater. Gib mir fünf Minuten. Dem werde ich's heimzahlen, und zwar mit Zinsen. Okay. Okay. Der sagte da was. Hey, komm, ich will richtig kämpfen. Komm her, du Lobby. Ich helfe mir gerade noch ein bisschen wieder zu. Okay, ich werde die Eilung. Ich werde zwei noch. Obwohl, die Eilung ist. Ich denke, ich habe das. Ich denke, ich habe das. Was ist das? Wie geil ist das denn, Liga? Ja. Okay. Okay. Da ist aber auch kein Bock mehr auf die.